Sarasvathai Asana, die Stellung des Meisters Sarasvathai. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Und vom Langsitz fasse mit den Händen auf die Füße, gib die Finger auf die Zehen und beuge dich nach vorne. Das ist Sarasvathai Asana. Eine weitere Variation von Sarasvathai Asana ist, du kommst wieder zum Langsitz und dann gibst du die Beine auseinander, so etwa Hüftbreit. Und dann fasst du mit beiden Händen auf die Füße wieder und beugst dich nach vorne. Auch das ist eine Variation von Sarasvathai Asanas. Idealerweise in der Stellung würdest du probieren, den Kopf zwischen die Knie zu bekommen, soweit es geht. Sarasvathai Asana ist eine andere Bezeichnung für Paschimattanasana, Ugrasana oder auch Arambhasana. Sarasvathai ist einer der 84 Nath-Siddhas, auch genannt Nath-Siddhas. Es gibt ja 8.400.000 Asanas, also 84 mal 100.000 und jeder dieser 100.000 Gruppierungen wird einem Natha, einem der großen Meister, auch Siddha genannt, zugeordnet. Sarasvathai ist natürlich auch benannt nach Sarasvati, Sarasvati die Gattin des Lernens. Und Sarasvati auch die Bezeichnung einer der heiligen Flüsse, von denen es heißt, dass sie heute nur noch in feinstofflicher Ebene existieren würden. Sarasvathai Asana ist eine Vorwärtsbeuge, eine sitzende Vorwärtsbeuge, entwickelt die Flexibilität in der Wade, in den Kniekehlen, in den Oberschenkeln und auch im Gesäß. Sarasvathai Asana, wie alle Vorwärtsbeugen, dehnt auch den Rücken und hilft, dass die Wirbelsäule flexibel werden kann. Die Asanas der 84 Nath-Siddhas sind oft Asanas, die man eine Weile halten kann und die dann helfen, zu einem tiefen meditativen Gemütszustand zu kommen. So ist Sarasvathai Asana auch eine Stellung, um den Geist sehr ruhig zu bekommen und zur inneren Stille zu gehen.